was geht ab leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von food flash und herzlich willkommen noch immer in köln und heute werden wir für euch die gehyptesten dönerläden kölns testen ja welche das sind erfahrt ihr auf jeden fall in diesem video seid also gespannt vergesst nicht zu abonnieren zu kommentieren zu liken und wie gesagt das video bis zum ende zu schauen also viel spaß mit diesem video so leute wir sind am typischer platz und dort befinden sich auch diese zwei gehyptesten dönerläden und ja wie soll ich die typischer straße beschreiben ist auf jeden fall eine sehr belebte straße die viele restaurants hat viele cafés und viele kioske es ist eine sehr belebte straße aber auch eine sehr multikulturelle geprägte straße und unser erster döner sport ja der gehyptesten dönerläden ist der mangaldöner von lukas podolski also seid gespannt was ist denn so der ultimative dönerläden der beste donald jürgen welchen reich hat das gehyptesten alles gut ja dünner sandwitsch dünner sandwitsch ok dann nehme ich den mit 100 prozent zu eurem kalt ja alles klar was für sofen sind das ein sasuki mit kimoblauch also Joghurt mit kochen und welcher empfiegt so eine mischung oder eine mischung ja kalt er tauber voll super salat auch komplett ja mit allem so wie du ihn verkaufen würdest gerne mit liebe immer mit herz immer mit liebe und cipro super super das hast du dich dazu ja 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 sehr gut sehr gut so freunde das ist hier der mangaldöner von lukas podolski also das brot ist definitiv selbst gemacht das sieht man auch ne also ich bin auch schön hier noch das mehl ne also das ist kein industrielles dönerbrot das ist jetzt natürlich jetzt kein jahrtrag döner das ist halt so eine art ja drehspieß wenn man das so betrachtet aber ich glaube aus 100 prozent kalbfleisch wo ich mal nachfragen und jetzt werde ich auf jeden fall mal da rein weißen das brot ist auf jeden fall sehr dick mal probieren mal probieren auf euch Leute also was mir besonders auffällt das brot ist wesentlich dicker als das in hamburg also als das hamburger brot und ist aber mega fluffig schmeckt sehr lecker und jetzt prob ich mal ein stück vom fleisch das ist sehr schön gewürzt das hat nicht diesen typischen wie soll ich sagen es schmeckt im prinzip wie so ein berliner döner muss ich sagen also was ich euch sagen kann das fleisch ist mega lecker gewürzt ist auch nicht zu salzig ist gerade richtig und was haben wir denn hier alles hier wir haben hier krautsalat wir haben drei verschiedene soßen einmal eine knoblauch eine cocktail und eine scharfe soße eisbergsalat rote zwiebeln gurken und ein bisschen schafskäse und ich muss sagen der schmeckt mir auf jeden fall ich finde vor allem diese soßen spielen perfekt miteinander mit das heißt es sind ja drei soßen und die harmonieren wunderbar mit dem fleisch mit dem brot mit dem mit den ganzen beilagen und von daher kann man diesen dünner auf jeden fall probieren aktuell ist nicht so viel los und ich finde na gut der preis ist ein bisschen höher auf jeden fall kann man den dünner mit bestem gewissen essen ich kann jetzt natürlich nichts über die qualität sagen des fleisches das müsste man dann schon irgendwie den chef tragen aber jetzt wenn man jetzt unterwegs ist und man hat irgendwie bock auf den döner kann man den auf jeden fall essen schmeckt lecker und du wirst definitiv satt hallo leute der döner sieht ja schon sehr lecker aus das muss man sagen was ich sehr gut anfühlt ist das brot außen ein bisschen knusprig aber sonst ganz weich das brot jetzt wollen wir mal sehen wie es schmeckt also die innen sieht schon mal was da alles drin ist wunderschönes fleisch verschiedene soßen salat also wollen wir mal probieren die so sind sehr lecker die so sind sehr sehr gut und was mir auch was mir auch auffällt ist das fleisch sehr gut abgeschminkt sehr gut also gewürzt und und knusprig ne ja ne also noch besonderer ist mir gefällt mir auch die soße ja ich glaub der döner das ist so ein typischer soßen döner der lebt von den soßen ne ja also da bin ich hell begeistert wirklich ist natürlich jetzt du kannst jetzt diesen döner nicht mit irgendwie ein pamphylia oder mit einem ferhat döner vergleichen das ist jetzt kein japan döner naja ne also ich muss sagen ich bin hell begeistert jetzt bei sich noch mal rein ja umso spannender wird es wie jetzt die zweite gehypte dünner station schmecken wir mal schauen und was mir ja auffällt ist auch diese soßen wie die untereinander harmonieren die schmecken ganz toll ja wirklich ganz ganz und der frische salat da drin noch bei dem döner gibt es nix zu meckern ja so langsam wird es auch dunkel und wir müssen uns ein bisschen sputen ne wegen den Aufnahmen und in unmittelbarer Nähe befindet sich Haus des Döners und der Haus des Döners hat auch ein Ultra Hype in Köln und zwar gibt es schon mittlerweile irgendwie vier bis fünf Filialen in Köln und wir gehen auf jeden Fall jetzt in diesen Dönerladen rein und checken mal wie dort der Döner schmeckt und ob der Hype wirklich gerechtfertigt ist und ob er auch mit dem Mangal Grill mithalten kann und auch wir machen als die mit demvin haben ja alles nicht sind rennen ganz wirklich ja hat Wichtig ist, überall verteilen. Überall die Soße. Das ist sehr wichtig. Kräuter kommt unten, Knoblauch kommt oben, mit Schaf. Schön verteilt, wunderbar. Zurecht verteilen. Und hau rein, hier, guck mal. Das leistet auch schön knusprig aus. Du brauchst es knusprig, mein Lieber. Wirst du mit Schafskäse? Wie empfiehlst du es? Zwiebel immer zuerst. Wie soll ich den noch essen? Der ist so voll. Ein bisschen Zitrone. Wow. Ein bisschen Salz. Schafspulver auch, wichtig. Und das ist der Haus des Döners. Haus des Döners. Bester Döner, oder? Wir nehmen den Weingart Hopps bald. Hier, Freunde. Schaut euch mal diesen Döner an. Es ist ein Traum. Also nicht ein Traum, das ist ein Wahnsinn. Der prallste Döner, ey. Also sowas hat schon jemand vorgesehen. Wirklich. Sowas Tolles. Aber jetzt werden wir mal sehen, wie es schmeckt. Ja, warte mal. Versuch mal erst mal ein Stück Fleisch davon zu probeln. Ja, ich nehme ja. Das Fleisch schmeckt sehr, sehr gut. Das Fleisch schmeckt sehr, sehr gut. Das Fleisch ist sehr gut abgeschmeckt und crispy. Nicht trocken. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und merkst du einen erheblichen Unterschied zwischen Mangel und Dendina? Das Fleisch hier ist anders. Das schmeckt anders. Ja. Aber es ist alles Geschmackssache. Ja. Der eine sagt, das ist gut. Der andere sagt, das ist gut. Aber das hier schmeckt sehr, sehr gut. Schmeckt das dir besser? Schmeckt mir besser, ja. Echt? Da bin ich ja umso gespannter. Ja. Siehst du. Dann beiß man richtig rein. Mal richtig reinbeißen. Und? Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Menge. André, jetzt darfst du weiter essen. So, jetzt ist es meine Zeit, den Döner mal zu probieren. Ich probiere jetzt mal vom Fleisch. Was mir auffällt, hochdünn geschnitten, halt mit einer Maschine. Aber knusprig. Ganz anderer Geschmack. Ja. Der Geschmack ist anders. Aber auch super, nicht? Der Mangal-Grill, äh, Mangal-Döner, der hatte mehr Gewürze, glaube ich. Und der, der schmeckt irgendwie auch wie ein, eigentlich wie ein Berliner Döner. Ist das aus Berlin? Ja. Ist das aus Berlin? Berlin, alles in Berlin. Ah, okay. Alles in Berlin. Ah, okay. Soßen kommen aus Berlin. Fleisch kommen aus Berlin. Also im Prinzip ist es ein Berliner Döner. Genau. Okay. Okay. Auch die Namen von Soßen, die sagen Kräuter, nur noch scharf. Ja, das ist ja typisch für Köln. Für Berlin. Genau. Und hier in Köln haben wir Ciccicchi scharfe Cocktails. Ja. 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 Genau die Namen, die in Berlin sind, sind auch hier in Horsche Stöller. Okay. Das ist aber echt gut gemeint, ne? Sehr gut. So prall. Aber das Fleisch ist, das erinnert mich voll an Berlin. Ja. Der Mangal Döner hat mich ja schon an Berlin erinnert. Der erinnert mich noch mehr an Berlin auf jeden Fall. Aber die Soßen sind sehr toll auch, ne? Und die Soße, die scharfe Soße hat es in sich. Ja. Die ist echt super. Mein Lippen brennen schon. Ja. Aber es passt dazu. Aber sorry, wie soll ich denn bitte schön essen? Ja, musst du gissen. Ja, Ali, ich hab doch nicht so einen großen Mund. Ja, nur schlucken. Ich brauch Mark Wiens hier. Wo ist Mark Wiens? Wo ist Mark Wiens? Also Freunde, ich hab mich jetzt nochmal richtig durchgebissen in die Seele des Stöners. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Soßen hier von Haus des Stöners haben eine extreme Power. Die scharfe Soße ist feurig. Die Lippen brennen richtig. Es ist sehr, sehr angenehm zu essen. Du hast natürlich auch diese Kräutersoße, ne? Ultra geil. Und die Knoblauchsoße, die harmonieren auch wunderbar miteinander. Auch mit dem Fleisch. Kann ich mal sagen, vom Fleischflavor gefällt mir hier Haus des Stöners besser als Mangalgrill. Der war auch gut, ne? Aber ich muss den heutigen Sieger preisgeben. Und zwar ist das Haus des Stöners definitiv. Weil der erinnert mich wirklich an meine Kindheit auch zum Teil. Und das Fleisch ist knusprig, es ist saftig, es ist nicht trocken. Der schöne eingelegte Rotkohl ist auch wunderbar. Und auch wenn das Brot nicht selbst gemacht ist, es schmeckt einfach. Es passt einfach alles. Und es ist einfach ein gut gelungener Döner. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Soßen harmonieren wunderbar miteinander. Da ist auch noch Schafskäse drin. Der passt auch wunderbar. Und er hält auch einiges aus. Das Brot hält auch einiges aus. Guck mal, wie prall er den gefüllt hat. Also extrem prall. Und von daher die Empfehlung. Also wenn ihr mal in Köln seid und ihr mal auf die schnelle Döner haben wollt. Das Haus des Döners ist mega, mega geil. Und der punktet vor allem durch die Soßen. So Freunde, wir haben jetzt unsere Döner aufgegessen. Beziehungsweise wir haben uns ja den Döner geteilt. Weil wie ihr wisst, kann Klaus nicht so viel essen. Ja, er ist schon ein älteres Modell. Und von daher nicht wieder sagen, ja Klaus muss auch Döner essen. Nein, er muss gar nichts. Wenn er keinen Hunger hat, hat er keinen Hunger. Und außerdem wollen wir auch kein Essen wegschmeißen. Und wenn was übrig bleibt, spenden wir das sowieso an Obdachlose. Nur das zur Info. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Welcher der gehyptesten Döner Kölns war der bessere? Wir waren zuerst bei Mangaldöner. Der Döner war auf jeden Fall auch sehr lecker, stabil. Und zum Abschluss waren wir halt jetzt noch beim Haus des Döners. Und erzähl mal, was sagst du? Welcher Döner hat der besser geschmeckt? Ich muss sagen, Mangaldöner war gut, aber Haus des Döners war doch ein bisschen besser. Hat mir doch etwas besser geschmeckt, weil das Fleisch anders abgeschmeckt war, intensiver im Geschmack war. Und die Soßen waren sehr gut harmoniert. Darum hat mir der Haus des Döners etwas besser geschmeckt. Ja, ich muss auch sagen, Haus des Döners hat mir auch auf jeden Fall besser geschmeckt. Aus folgenden Gründen. Erstens, das Fleisch war mega knusprig. Es war auch feiner bzw. eleganter gewürzt. Das Fleisch von Mangaldöner war auch gut gewürzt, aber es war ein bisschen zu stark gewürzt. Also ich habe zwar nicht gesagt, es war nicht zu salzig, aber es war vom Gewürz her zu stark. Und da war das wirklich perfekt elegant. Und die Soßen vom Haus des Döners haben so was von reingehauen. Und der eingelegte Rotkohl hat nochmal den Döner auf das nächste Level getoppt. Das auf jeden Fall. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, welcher Döner uns am besten geschmeckt hat. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Schreibt fleißig in die Kommentare. Und vergesst nicht, kostenlos unseren Kanal zu abonnieren. Support ist kein Mord. Wir würden uns freuen. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir stecken auch viel Arbeit da rein. Ja, stimmt. Und vor allem, berücksichtigt mal das Alter von Klaus. Er ist 78 Jahre alt. Und ich stecke noch immer mit. Genau. Und das muss auf jeden Fall belohnt werden. Also Leute, Support ist kein Mord. Und in diesem Sinne, Peace. 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 Peace.